So, Servus Leute, willkommen auf unserem Kanal. Ihr habt es ja geschafft, meinen Glückwunsch! Natürlich von meiner Seite auch. Und ja, was euch hier so erwartet, sind auf jeden Fall wir zwei, nämlich Patrick alias Mr. Tritsche und Mr. Müsli, der Christian heißt. So ist es. Und ich sage es jedes Mal falschrum, so eine Scheiße. Ist egal, auch beim tausendsten Tape wird es nicht besser. Genau. Deshalb sagen wir euch gleich mal ein bisschen an, was hier so Programm auf diesem Kanal sein wird. Unter anderem, gibt es was? Ja, normale Aktivitäten, die ihr auch so vollbringt, nur von unserer Seite aus, so was wir alles treiben. Und ja. Ja. Ich verkneife mir diesen Kommentar, wenn ihr jetzt gerade nicht im Kopf geht. Ist besser. Ja, genau. Und natürlich gibt es auch noch Let's Play Together, die wir, also mindestens wir zwei spielen, auch noch einige Freunde von uns, die ihr dann auch kennenlernen werdet. Da ist auch schon einiges in Arbeit, aber das seht ihr dann alles, wenn ihr mal die nächsten Videos auf unserem Kanal anschaut. Ja. Und ansonsten, ja, wir lassen uns überraschen, was so die Zeit mit sich bringt. Wir werden auf jeden Fall die Kamera jetzt öfter mal eingesteckt lassen und mal schauen, was uns so vor die Linse kommt. Hauptsächlich sind wir ja dann vor der Linse. Aber, naja, es lohnt sich auf jeden Fall, hier im Kanal dabei zu bleiben. Ja. Und wir sagen zum Abschied was? Äh, Horido. Tschüss, bis zum nächsten Video zum Beispiel. Richtig, ganz einfach. Bis dann. Tschö.